So, Headshot. Die auch mal ein bisschen Headshot-technisch was verpassen. So, was hier noch welche? Jetzt auch gar keine mehr. Na doch, gut so, wa? Fuck. Hä, wohin? Also im Multiplayer hätte der mich jetzt schon längst genutzt, also... Na gut. Oh, beeil dich mal da hinten, ne? Was macht der eigentlich? Oh mein Gott. Ich renne einfach mal, ist mir scheißegal, was der Typ da hinten macht, dem ich eigentlich folgen soll. Aber jetzt hier mal rennen. Ja, komm dann, geh doch da rein. Weil ich jetzt tot bin. Okay. Meide den Panzer. Jojo, alles fresh. Komm, steh auf, Junge. Der hat zur Tagzeit hier, zum Krieg. Mir geht's besser als okay, mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Hm. Hm. Mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Ha, 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 ha. Na, der war gut. Okay, dann würde ich sagen, bevor ihr hier eine Rauchvergiftung bekommt von dem Scheiß, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. In diese Richtung hier, wo das Helle Licht erleuchtet. So, lauf mal, komm. Schneller. Ah, ich will kämpfen. Nein. Jetzt muss ich wieder warten, bis unsere Kollegen kommen und die Tür aufmachen. Ich glaube, das ist die Bank. Okay. Das heißt, die Leute sind wieder da. Wir müssen was tun. Scheiße. Wo ist der hin? Scheiße. Okay. Das hätte ins Auge gehen können, übrigens. Allein reiten. Unsere Positionieren sich feindliche Panzer. Boah, sieht das geil aus, das Feuer. Hey, das ist echt nicht mehr schön. Weitere Panzer im Anmarsch. Ja, was muss ich jetzt tun? Einfach mal hinterher rennen, okay? Haben wir eine geile Arbeitseinteilung. Du bist da hoch. Was mache ich da oben? Oh, okay. Oh mein Gott, nachladen. Alter, ich back mich ja gerade fest. Hallo? 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 Ich sollte E drücken, Junge. Drück R! Nicht E. So, wo? Wo ist denn der Kribbel? Ah, da hinten. Oh. Natürlich muss ich eigentlich ja nach oben zielen beim Abschuss. Noch irgendwo einer? Okay, hammergeil. Der ist auch down. Ich habe gerade mal schnell nachgeladen, dieses dicke Teil hier. Einen richtig dicken. So. Und du bist auch down. Wunderschön. Sind hier irgendwie Leute oder so? Okay, dann auf nachher vorne. Dann hauen wir die ganzen Nutten einfach mal weg hier. Aber richtig hart. Aber so richtig hart. Sehr schön. Was macht der eigentlich? Wir sind also ein brennendes, instabiles Fanggebäude. Ja, das ist cool, wa? Oh, Goddate. So, äh. Und jetzt? Okay, von hinten. Da würde ich sagen, nehmen wir die mal richtig hart von hinten ran. Wem muss ich folgen? Oh, dir. Okay. Ich folge dir einfach mal. Hui. Hui. Oh, weiter geht's. Warum kann ich echt die Autolichter nicht ausschließen? Das geht mir so auf die Eier, dass es so hell ist, ey. Das ist nicht mehr schön. Hat mal weggenatzt hier die Nutten. Brauchen wir eh nicht mehr. Aber die Nutten brauchen wir nicht mehr. Doch Nutten sind eigentlich notwendig. Jetzt geh mal weg. Dankeschön. Komm, dann behaltet euch mal ein bisschen. Mein Gott, ey. Wie solche alten Weiber. Laufen da rum, ey. Wie im Kaffee-Klatsch. Komm, hier. Einer nach dem anderen hier. Und da hinten läuft gerade einer. Du bist weg. Du bist weg. Du bist weg. Feinbewegung, Mann. Die ist schon längst wieder weg, weil ich sie alle genatzt habe. Ja, du bist auch weg. Komm, weiter. Hier. Kein Dingenswomens auftäuschen. Vortäuschen. Was ist eigentlich das hier von der Waffe? Soll ich die irgendwie mal aufheben? Hat aber sehr wenig Schuss. Da nehme ich lieber mal wieder meine alte. So. Ach, cool. Ich nehme da mal die Leer-Taste, ne? Und trau mich mal da drüber. Ja, warum bin ich gerade noch zu dritt? Ja, wie kommt der jetzt alleine da drüber? Hä? 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 Ich muss mit dem Typ hier nehmen, dass ich da drüber komme, okay? Ja, hoch. Was? Hier hoch helfen? Wie? Oh mein Gott. Ich muss dem Typ helfen, dass er da drüber kommt. Aber selber schafft er es irgendwie da hoch zu gehen. Bin ich irgendwie zu fail, um da hoch zu kommen alleine? Oder wie sieht's aus? Na komm. Beweg dich, Junge. Lässt du mir die Leiter runter? Ich hätte echt gelacht vielleicht nicht, weil's scheiße gewesen wär. Aber stell dir vor, ich wär jetzt tot gewesen, weil er die Leiter direkt so in mein Auge reingequetscht hätte. Weil sie diese Dinger da direkt ins Auge oder so, direkt irgendwie auf den Kopf oder so. Dann stirb ich schon einfach mal. Oh, Mission gescheitert. So, soll ich dich da runter schlucken? Nur als ob ich den Trollen, Junge. Oh mein Gott. Kann man da runter fliegen? Ne, ne? Glaub nicht. Vielleicht runterspringen, glaub ich, aber das würde ich jetzt nicht versuchen. Oh mein Gott, das würde ich mich niemals trauen, selbst wenn ich im Krieg wär. Oder was heißt trauen? Ich würde es wahrscheinlich nicht schaffen, weil ich hab nicht so die extremen Oberärme, dass ich mich da hochziehen kann, Alter. Na egal. Aber gut, das Spiel hat grad leicht gehängt. Und jetzt geht's weiter. Oh mein Gott, was geht jetzt ab? Alter, eh. Oh mein Gott, jetzt kommen diese Wurstspiele wieder, Alter. Scheiß, die Wandern. Nein, ich will das nicht machen. Nein, ich hab's verfehlt. Fuck. Scheiße. Oh. Das hat mich getroffen. Alter, oh, da wird's mir jetzt grad echt die Spucke im Hals stecken geblieben. Boah, stell dir vor, so ein Messer wird hier einfach mal richtig hart reingerammt, Alter. Ich glaub, dann... Na gut, nochmal die Mission. Warte mal, wo müsste ich, ich glaub, ich muss einfach nur ins Fenster reinspringen, oder? Das ist jetzt so die aktuelle... Oh mein Gott, ich muss da jetzt nochmal bis ganz nach da oben. Boah, nee, ey. Boah. Na gut, dann halt einfach nochmal. Komm mal da hoch. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es, wenn ich eh drücken muss, oder... Oder mach... Wie viel Zeit hatte ich, um die Maus zu drücken? Vielleicht... Keine Ahnung, ein paar Sekunden? Ne, nicht mal Sekunden. Das waren vielleicht ein paar Zehntelsekunden, äh. Und diese scheiß Maus da... Also wirklich jetzt, ganz ehrlich, das ist ja echt... Kack, yes, 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 yes. So, lass das Ding runter. Lass mich hoch. Oh, danke. Okay, nochmal fett hier auf dem Zeh geflogen. Aber scheiß drauf, wir gehen einfach weiter. Wir sind im Krieg, Junge. Wir können hier nicht rumheulen. Aber gut, das verstehen die Manchen einfach nicht. Die Manchen. So, und weiter. Ja, komm. Geh. Guck, ich kann ja nämlich auch gar nicht runterfallen. Hm, naja. Oh, ja, ich komm ja schon. Okay. Rein da. Oh, und dann am besten wieder treffen lassen, mit diesem Homop-First. Weil immer, wenn diese Spiele kommen, lege ich automatisch meinen Finger direkt hart auf die linke Maustaste. Dann auf E und Leertaste, okay? Okay, also ich dann gleich, gleich, äh, aktion-technisch, ähm, E. So, wie konnte der eigentlich so schnell mich wegbäschen? Weiter. So, dankeschön. Er liegt da. Flach. Allein. Ohne seine Kollegen. Nein, ich will nicht. Nein. Alter, was hat mich da, Alter? Oh mein Gott. Okay, die wollen wir nicht benutzen. Oh mein Gott, was war das, Alter? Ich glaube, ich hätte da leise vorgehen müssen, oder? Na egal, die sehen uns generell eh jetzt bald. Ist ein M16A3, die ich hier gerade habe, meine Entwicklungswaffe online. Hm. Was macht der da hinten eigentlich? Oh, der ist tot. Alter, ich komme hier nicht mehr weg. Jetzt. Rät haben wir einen. Hier haben wir einen. Ich blieb mein Konzept dahinter. Dankeschön. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott. Ich geh mal. Ich muss hier weg. Geh. Duck dich. Fuck. Ich hab auf... Boah, Alter, jetzt geht's gleich los. Jetzt, jetzt fängt's an. Jetzt, jetzt, äh... Ich hab gedrückt auf Y. Okay, da soll sich verfinkt nochmal hinlegen. Und ich meine, da irgendwie rumsp... Wenn ich jetzt wieder eine Treppe starte, Alter, ohne Witz. Okay, gut. Noch einer. Messer. Du bist da. Okay. Aha. Na guck, wir werden... Wir werden eh entdeckt geworden gewesen. Sein. Tun. Der hätte uns doch eh entdeckt, Mann. Das ist scheißegal, ob ich den Messer oder nicht. Komm. Alter, von wo eigentlich, wenn ich mal fragen darf? Oh mein Gott, keine Ahnung. Da oben auch. Von überall schießen sie, ey. Als ob wir im Krieg wären. Ganz ehrlich, Leute. Mensch, jetzt, Kinder, rafft euch mal ein bisschen hier. Ich bin ja nicht im Krieg. Ich glaub, durchrennen ist da manchmal auch wirklich eine bessere Möglichkeit. Einfach durchrennen und dann hinten irgendwo in Deckung gehen. Ist das manchmal wirklich von Vorteil? Oh, da steht ja einer. Immer mal durchcrouchen hier. So, die haben halt dick auf den Helm geschossen. So, mal nach hinten gehen und dann hier einfach mal weghauen, die ganze Rotze. Aber ich wechsle mache auf meine Schotty. Okay, das war jetzt nicht so gut, weil da war nämlich keiner, wo ich gerade hingeschossen habe. Ahm, nicht lustig. Ich bin natürlich Overpro und sowas. Okay, weiter. Scheiße, bin ich gut heute. Fick dir einen ins Knie, aber wirklich, ja. Aber was machen die denn hier? Sind die reingekommen? Möglicherweise mal ein bisschen mehr angreifen, wenn ich schlecht alle von wo schießt. Der von da oben. Oh mein Gott, das war... Fuck. Das war natürlich gar nicht... Warum hat der... Egal. Ich sag jetzt nichts mehr und...